Ich bin der Kevin, ich bin 14 Jahre alt und ich komme aus Düsseldorf und ich bin begeisterter Musiker. Also ich spiele Querflöte, Klavier, Blockflöte, Orgel, genau ein paar Blockflöten und ein paar irische Instrumente wie die Tinn-Whistle, also eine Flöte aus Zinn und ein paar irische Trommeln. Mit drei Jahren habe ich mit Klavier angefangen und danach kam dann die Blockflöte in ungefähr acht Jahren und mit Querflöte habe ich dann angefangen mit elf. Ich habe keinen Favoriten in dem Sinne, aber ich spiele Klavier und Querflöte ganz gerne. Mit Klavier bin ich ein grünes Dressfräger in Jungen musiziert geworden. Also ich habe im Duo gespielt und mit zwei Stücken von Antonin Dvorcak und ein Stück von Harald Gensler. Ich möchte eigentlich schon in die Richtung Musik gehen, in meinem Lebenslauf wahrscheinlich. Ich möchte eigentlich nicht. Musik 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 Also ich veranstaltete am 3. November, also in zwei Tagen, ein Benefizkonzert für Flüchtlinge. Was dazu dient, dass die Flüchtlingskinder die Musikinstrumente lernen möchten, Musikinstrumente lernen können. Also ich habe vor 2014 meine Eltern gefragt, was ist ein Benefizkonzert, weil ich habe die gefragt, ich habe das irgendwo gehört, dass es das gibt. Und deswegen kam die Idee mit dem Benefizkonzert zustande. Ach, da gibt es eine ganz breite Auswahl von Klassik bis zu moderner Musik, auch ABBA ist auch dabei. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020